ARD Text im Auftrag von Funk Wer hieß Krankenhaus? Lars, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Ein Unfall. Sie wissen bestimmt, dass wir in der Schule Schwierigkeiten haben. Hab ich gehört. Was hat das mit Lars zu tun? Lass uns doch am Wochenende einen Ausflug machen. Was machen wir hier? Du wolltest doch herkommen. Gwen! Schaffst du das? Danke. Kannst du mir jetzt sagen, was mit den Mädchen passiert ist? Wie soll ich das wissen? Er ist bereit einzusteigen, wenn du Montag nicht da bist. Das kannst du nicht machen. Das ist meiner! Was ist mit dir los? Mit mir? Bleib hier. Bitte, was hab ich falsch gemacht? Gar nichts hast du gemacht. Was soll ich denn machen? Lars, hör auf. Du warst doch nicht dabei. Klar war ich dabei. Nein, das kann nicht sein. Ich will dir helfen. Ich brauch deine Hilfe. Lars! Du wusstest davon. Du hast nichts gesagt. Manchmal ist es besser, wenn eine Sache nicht aussprach. Für wen ist das besser? Ja, jetzt vacunen nicht. Du hast einen kleinen stetten.